hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge in tes 100 ich kann immer schön oben auf den titel gucken um mich nicht zu versprechen ja im letzten video sequence generator haben wir uns da angeguckt und gelöst irgendwie diesmal geht es in den sequence counter und ich glaube tatsächlich dass wir nähern uns dem punkt wo ich persönlich auch aufgegeben habe weil ich dann die anderen sektronik spiel auch alle mal spielen wollte mal gucken wie das hier läuft sequence counter neues programm story wunderbar was sollen wir tun wir haben sequenzen die null terminiert sind wir kriegen eine sequenz von innen und die summe müssen wir nach out s und die länge nach l so das heißt wir haben eine richtung wo wir alles zusammen summieren müssen und das andere ist einfach ein counter der sagt wie lang diese sequenz ist okay also haben wir 35 wir kriegen 35 raus länge 1 dann haben wir 1 2 3 4 1 2 3 4 5 values es gibt 260 mit fünf values ja dann noch mal 5 ich denke da muss ich auf jeden fall sachen aufsplitten so und zwar mache ich das andersrum ich überlege glaube ich schon wieder zu kompliziert aber das macht nichts ich überlege ich werde das ja immer runter bewegen weil hier habe ich mehr platz weil hier kann ich dann die summe berechnen und hier kann ich die länge raushauen so sehen kann ich ja noch einen tiefer machen theoretisch so sagen wir dann es 0 0 ich mache es mit mitkomma da ist gerade action im treppenhaus naja gut also machen wir hier warten war ich kalkuliere jetzt erstmal die menge die länge so weil hier kommt dann irgendwann 0 beziehungsweise das kann ich das nenne ich dann einfach jetzt mal finish move 0 dann sind wir nämlich fertig und dann geht es wieder rauf so wir kriegen dann einen wert von links beziehungsweise erstmal kriegen wir hier wir müssen das auch in den ack reinhauen das heißt wir kriegen hier kann ich eigentlich auch sagen add up nee.. das können wir so nicht machen ohh mamma ich glaube ich addiere erstmal zusammen also das muss ich mal hier im Auge behalten. So, wie addieren wir das zusammen? Weil ich muss die Sachen auch prüfen, ich muss ja prüfen, ob da irgendwo eine Null kommt und wenn nämlich die Null kommt, muss ich nämlich das, was in Axt steht, runterschmeißen. So, wir kriegen auf jeden Fall einen Wert, der ist da. Wir kriegen den Wert. So, dann haben wir hier einen Ac-Blast stehen, dann muss ich wegspeichern. Jump equals zero. Wenn equals zero. Also, wir müssen mindestens einmal sagen add up und dann save, damit wir geswitcht sind. Beziehungsweise mache ich hier auch so ein Counter-Ding einfach. Hier geht es schon los. Also, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das sind so Dinger, da muss man sich echt hinsetzen und wirklich genau gucken. Das ist nichts, wo man eine Kamera beilaufen lässt. Das ist sehr unpraktisch gerade. Sieben Minuten rum und im Endeffekt ist noch nichts passiert. Wie lösen wir das? Das ist halt ein kompliziertes Puzzle. Einige werden sich denken, äh, ich höre wohl einfach, ne? Aber, ja. Ich hätte da gerne höher levelige auf Programmiersprachen, um das Problem zu lösen. Aber gut. So, also wir kriegen hoch, runter, hoch, runter. Wie schaffe ich das, dass ich einerseits speichere, aber andererseits auch testen kann? Das geht nämlich nicht. So, wir kriegen von oben 35. Ich kann das natürlich addieren. Aber ich muss den oberen Wert auf jeden Fall in Act drin haben. Weil sonst kann ich nicht testen. Das Problem ist, der Wert von oben ist schon weg. Das heißt, hier haben wir jetzt irgendwie so ein ein adder. Beziehungsweise kann ich das sagen. Geht das? Wir nehmen das hier an und schmeißen das wieder zurück. Weil er wartet, bis hier was kommt. So, das heißt wir sagen, move up pack. Dann kann ich nämlich sagen, ist das 0, dann finishen wir ja. Weil theoretisch, so ist mein Plan, haben wir alles in bug. Dann sagen wir nämlich swap. Move up down. So. So, dann geht das hier wieder rauf und wir holen uns das nächste Teil, was dann die nächste Generation ist. So, wenn es nicht 0 ist, dann haben wir halt einen bestimmten Wert. Dann sagen wir move. Move. Left. Swap. Was auch immer in Act steht, ist jetzt so ein Bug ist 0. Initial 0. Und da muss ich sehr wahrscheinlich auch irgendwie mal initialisieren. Das muss ich mal schauen. Eventuell muss ich auch saven. Ich weiß es nicht. Doch, ich muss saven. Sonst kommen wir nämlich hier nicht. Also dann sage ich hier swap. Das heißt den Wert, den wir akkumulieren wollen. Der ist anfangs 0. Ist jetzt oben in Act. Und jetzt können wir nämlich sagen add left. Dann geht's weiter. Theoretisch, ne? So, wir kriegen 35. Es ist nicht 0. Das heißt wir schmeißen das rüber. Ach guck mal, das geht sogar mit einer Zeile. Geil. Dann swappen wir. Das ist jetzt unser Summarum-Ding. Beziehungsweise hier muss ich auch nochmal sagen. Swap, weil die Summe möchten wir ja behalten, wenn der nächste Wert kommt. So, jetzt haben wir hier nämlich unsere Summe in Bug stehen. Jetzt kommt 0. Wir sind finished. Dann swappen wir wieder zurück. Wir bewegen das, was hier drin ist, raus. Und schreiben 0 nach Act. den Safe brauche ich hier unten nicht. So, das ist schon mal 35. Da kommt die 62. Ich mach dann jetzt immer bis hier hin. Jetzt haben wir hier die 35. Jetzt kommt hier von oben die 62. Ich gucke jetzt erstmal, ob die Zeile hier funktioniert. So, 62. Schmeißen das rüber. Summe 62. Swap, Start. Dann kommt die 51. 62 plus 51. Und so weiter. 260. 279. Ich guck jetzt hier. 0 funktioniert auch. Sehr schön. So, grundsätzlich haben wir das jetzt. Und das gleiche müssen wir hier auch machen. Bis auf den Unterschied, dass wir halt hier hochzählen müssen. Das heißt, move. Das müssen wir jetzt noch weiter rüberziehen. Äh, left. So, beziehungsweise ich kann auch sagen, move up. Ich kann das hier verteilen. Dann muss ich das hier nicht machen, dann kann das parallel laufen. Ein Knoten mehr macht ja nix. Äh, move up up. Move up. Right. So, wenn 0, dann finish. Äh, fionisch. Dann haben wir hier wieder den Swap. Da ist unser Counter drin. Und so weiter. Beziehungsweise das brauche ich eigentlich auch nicht. Weil wir schreiben ja das nächste in Ack. Und Ack ist ja 0, weil wir geswappt haben. Das heißt, das kann ich mehr sparen. So. Äh, wenn wir nicht 0 sind, dann haben wir von links irgendwas bekommen. Nun, dann sagen wir Swap. Add 1. Swap. Jumpstart. Klingt nach dem Plan. So, da kommt raus jetzt 1. Da kommt raus 5. Da kommt raus 5. 3. 3. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 3 1. 1. 2. 2. 1. 3. 3. 5. 3. 5. berg voll gut wie habe ich das denn vorher gelöst ich habe weniger cycles geworfen natürlich ich habe sieben notes benutzt und ich habe 33 instructions also schneller so halt hoch und klar so wir speichern ist denn so hier n und o ist lg loop sehr wahrscheinlich okay wenn 0 ansonsten 0 keine ahnung okay hier schmeiße ich rein okay haben wir diesen adera okay ich hole mir die erste zahl aus der sequenz guck ob die null ist hau den jetzt zwischenrein die 111 hier rüber das heißt das zählen mache ich hier wirklich über ich schicke einfach 1 rüber das geht schneller okay aber zumindest habe ich weniger instruktionen da kommen hier ist nämlich auch noch so ein teil das könnte ich sogar noch einsparen jetzt mit meinem move move right right und move left left haben wir eine zeile weniger weniger instructions was mache ich denn dann dann prüfe ich noch mal also wir gucken ob hier die initiale 0 kommt ja gut das kann ich mir mit meiner lösung sparen dann holt er sich den nächsten weil wir kriegen ja mindestens eine eigentlich außer wir sind 0 und dann geht er direkt direkt raus na dann kriegen wir nämlich null move 0 down move 0 right aber hier null check oder was und egal dann addieren wir das was wir haben zurück dann schmeiße ich ah ich speichere die aktuelle summe auch hier zwischen und mache hier nicht mit swap dann schmeiße ich wieder eine 1 rüber dann mache ich den loop bis eine 0 kommt da sind wir dann hier und nicht hier unten weil hier unten ist das initial 0 und dann schmeiße ich das was links ist runter weil das ist die fertige summe und die 0 schmeiße ich hier rüber damit hier wahrscheinlich was abgebrochen wird und dann gehe ich nach oben scheint besser zu laufen statt auf jeden fall schneller zu laufen ja gut sehr wahrscheinlich weil die ganzen swap befehle nicht habe und weil er hier ein bisschen läuft gucken wir mal ja das nächste ist ein signal edge detektor und ja ich denke mal wir sehen uns dann hoffentlich da wieder ich denke mal und hoffentlich auch so zwei unterschiede sehr schön ja wir sehen uns definitiv da wieder die die ich sehe also ihr seht mich ich sehe euch leider gar nicht ja vielen dank fürs zuschauen bis dahin 20 das da das da da